Yo, 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 Gang, David am Start hier für euch. Heute mit einem Oldschool-2BG, das haben sich einige von euch gewünscht. Und zwar mit einer Story aus unserem Urlaub. Und zwar haben Jonas und ich einen Tauchkurs belegt und wir haben den Kurs nicht alleine gemacht, sondern es gab noch einen weiteren Schüler und das war Vance. Und wenn Vance eins nicht konnte, dann tauchen. Normal ist das natürlich absolut nicht schlimm, dafür sind solche Kurse ja da. Aber Vance ist komplett ungewollt zur internen Tauchlegende bei uns geworden. Der hat so katastrophale, unmögliche, zerstörerische Tauchgänge hingelegt, aber war dafür irgendwie faszinierend selbstbewusst. Bevor es mit dem eigentlichen Video losgeht, kommen wir kurz zum Sponsor des heutigen Videos. Und das ist mal wieder NordVPN. Mit VPNs kann man virtuell seinen eigenen Standort ändern. So kann man viele Geoblockings umgehen und Inhalte aus anderen Ländern schauen, beziehungsweise sie lesen. NordVPN ist super einfach zu bedienen. Man sucht sich auf einer Weltkarte aus, von wo man surfen will, klickt dann auf ein Land und schon ist man verbunden. Es gibt über 5200 Server in 60 Ländern und davon sind mehr als 240 in Deutschland. NordVPN ist auch deshalb super schnell, ihr werdet also keine Probleme mit eurer Verbindung haben. Außerdem ist bei NordVPN seit neuestem auch ein zusätzlicher Bedrohungsschutz integriert, der zum Beispiel vor schädlicher Werbung schützen kann. Unter nordvpn.com slash twoboardguys kriegt ihr einen exklusiven Deal auf einen Zwei-Jahres-Plan. Außerdem gibt es einen Monat gratis dazu. Wenn euch NordVPN nicht gefällt, gibt es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Nachdem wir endlich mit der Doku durch waren und die Stresslevel so ein bisschen abgesackt sind, haben Jonas und ich uns gedacht, es wäre mal wieder geil, gemeinsam zu verreisen. Das machen wir relativ selten. Und deshalb haben wir uns 10 Tage Urlaub gegönnt. Als wir dann da waren, haben wir ziemlich spontan entschieden, einen Tauchkurs zu machen. Der ging drei Tage lang. Das war halt einfach so ein Standard-Open-Water-Diver-Kurs bis 18 Meter. Und wir dachten uns einfach so, ja, why not? Die Dive-Side war ein absolutes Paradies. Türkises Meer, krasse Korallen, viele exotische Fische und so weiter und so fort. Aber dafür war es halt auch eine ziemliche Touristenhölle mit dem ein oder anderen Deutschen. Also wirklich, die erste und einzige Interaktion mit einem anderen Deutschen, der Dude war wahrscheinlich so Mitte 40 oder so, war, dass Jonas ihm viel Spaß beim Tauchen wünscht und der Mann antwortet einfach, ja, werden wir mal sehen, ne? Das ist einfach eine einzigartige Fähigkeit von Deutschen, auch im Paradies, ultra schlecht drauf zu sein. Aber zurück zum Tauchkurs und zu Vans. Der Tauchkurs war so aufgebaut, dass es Workshops vor Ort gab, außerdem so Online-Theorie mit unzumutbaren Trainingsvideos, so Florida-Militär-Amis in den 90ern mit gebleacheden Zähnen und viel zu gut durchtrainiert. Jedes zweite Video ein Upsell zu irgendwelchem Tauchequipment im lokalen Tauchshop. Absolut glorreiches Material. Und dann gab es natürlich auch noch mehrere Tauchgänge in unterschiedlichen Tiefen mit einem Instruktor. Und diesen ganzen Kurs haben wir zu dritt mit Vans aus England belegt. Und to be fair, Jonas und ich hatten ein bisschen Erfahrung, wir waren vorher schon mal tauchen und Vans halt noch nie. Aber das hat man ihm komischerweise gar nicht angemerkt. Vans Verhalten an Land und auch in den Workshops war er wie das von so einem jahrzehntelangen Marine-Taucher. Der hat nicht eine Frage gestellt, er fand es auch so ein bisschen lächerlich, dass man da jetzt überhaupt erst mal Theorie machen muss und dass man da überhaupt was lernen muss. Der wollte eigentlich direkt ins Wasser, aber direkt beim ersten Tauchgang ging es dann los. Wenn man sich unter Wasser verständigen will, gibt es verschiedene Handsignale und die kriegt man auch so richtig heftig eingeprügelt, dass man die auf gar keinen Fall verkackt. Da gibt es zum Beispiel das Okay-Sein, das heißt so viel wie Alles gut, dann gibt es Daumen hoch und das heißt so viel wie Ich will hoch beziehungsweise Tauchgang beenden. Und jetzt ratet mal, was das Erste ist, was Vans macht, als er es nach 10 Minuten irgendwann geschafft hat, bei uns auf dem Boden zu sein. Richtig, erst wildes Nicken und dann doppelt Daumen hoch. Unter Wasser muss man dann auch so verschiedene Aufgaben bewältigen, zum Beispiel die Taucherbrille abnehmen, die wieder aufsetzen und dann das Wasser mit so einer Technik ausspülen oder einen Schlauch wegschmeißen und den dann wiederfinden oder ganz balanciert in derselben Tiefe treiben, ohne auf- und abzutauchen. Und klar, ist alles sehr tricky und über zwei, drei Aussetzer bei Anfängern kann man hinwegsehen und unsere Performance war auch bei weitem nicht routiniert. Einmal sollten wir auf fünf Meter abtauchen und dann einfach auf Meeresgrund chillen. Ich war schon fast unten und auf einmal sehe ich Jonas mit unserem Instruktor so auf, was weiß ich, zwei, drei Meter Tiefe und Jonas' Taucherbrille läuft einfach voll. Dann spült er das Wasser wieder raus und die läuft einfach wieder voll. Dann setzt so ganz langsam, aber sicher, so ein bisschen die Panik bei Jonas ein. Der fängt so ein bisschen an zu struggeln und signalisiert, dass er wieder hoch will. Unser Instruktor lässt ihn aber nicht, weil er ihm nicht glaubt, dass die Brille kaputt ist. Dann versucht unser Instruktor, ihn so zu beruhigen und legt ihm so die Arme auf die Schultern und signalisiert ihm, dass er einfach ganz ruhig atmen soll. Ich beobachte das einfach und sehe nur, wie Jonas das gar nicht gefällt, während seine Taucherbrille ganz, ganz langsam wieder voll läuft. Irgendwann tauchen die dann auf, dann wieder ab und haben immer noch dasselbe Problem. Und der Instruktor hat dann diesmal auf fünf Metern Tiefe die Genius-Idee, die Taucherbrillen auf dem Meeresgrund mit Jonas zu tauschen. Und Jonas struggelt einfach komplett weg, schnappt die ganze Zeit nach Luft. Er will einfach nur wieder hoch an die Wasseroberfläche, aber darf nicht. Irgendwann sieht der Instruktor es dann ein, wir tauchen alle zusammen auf, ich krieg Jonas' Taucherbrille und das Problem ist gelöst. Aber zurück zu Vance. Was der abgeliefert hat, ganz, ganz anderes Level. Der hat es geschafft, unseren todesentspannten, wirklich todesentspannten Instruktor irgendwann richtig heftig abzufacken. Ein großes Problem von Vance war zum Beispiel, dass der seine Beine beim Tauchen nicht vernünftig bewegen konnte. Das eine Bein hat er immer komplett weird, unkontrolliert und hektisch gestrampelt und das andere Bein war so ein bisschen steifer und das hat er immer einfach hinter sich hergezogen. Als würde der unter Wasser humpeln, wie so ein angeschossenes Reh oder das sah ein bisschen so aus wie ein Hund, der glaubt gerade zu schwimmen. Unser Instruktor hat dann irgendwann komplett die Geduld verloren. Er ist dann hinter ihm hergetaucht, hat seine Flossen in die Hand genommen und ein paar Minuten die Bewegung der Beine vorgegeben. Und selbst das hat nichts gebracht. Und deshalb hat unser Instruktor den Kurs am zweiten Tag für Vance beendet. Es war einfach vorbei für Vance. Er durfte dann zwar weiter mittauchen, aber keine Aufgaben mehr, kein Tauchschein. Und am letzten Tag wurde es dann nochmal ganz, ganz bitter. Und diesmal war es nur teilweise Vance schuld. Es war hauptsächlich die Schuld vom Instruktor. Und zwar durfte Vance mitkommen und hat natürlich sein iPhone in einer Plastiktische mit zum Tauchen genommen. Ein paar Pics für seine Mates in England. Und der Instruktor hat uns dann immer nice Korallen gezeigt, die Vance dann fotografieren konnte. Und dann waren wir irgendwann an einer Felsspalte mit wunderschönen Korallen und Fischen und Vance taucht hin bzw. wird vom Instruktor dahin gezogen und filmt alles. Und auf einmal beginnt er ganz langsam und tragisch, komplett unkontrolliert vorwärts ins Riff zu fallen. Er versucht dann panisch umzudrehen, hampelt mit den Armen und Beinen und der Instruktor versucht ihm irgendwie zu helfen, aber Vance schafft es einfach nicht. Und dann fällt er nochmal mit seinem Metalltank rückwärts ins gleiche Korallenriff rein und im Wasser um ihn herum sind einfach überall pulverisierte Korallen und Jonas und ich sind einfach komplett geschockt, können es gar nicht fassen und im Kopf habe ich die ganze Zeit nur die Stimme der Florida-Amis aus den Lehrvideos, Korallen können hunderte Jahre alt werden, sind super wichtig für Ökosysteme, brauchen Jahrzehnte um nachzuwachsen, wenn sie überhaupt nachwachsen und naja, da taucht Vance halt mit ziemlich viel toter Koralle am Knie, quasi eingedeckt in jahrzehntealtem Natur, zerstört in Sekunden. Und an Land? Tut er einfach so, als wäre nichts gewesen. Dann erzählt er uns von seiner Steep-Learning-Curve, will den Instruktor fragen, ob er nicht doch die Lizenz haben kann, weil er es ja mittlerweile richtig gut raus hat und Jonas und ich sind einfach nur fassungslos. So liebe Gang, das war's mit der Story. Tauchen ist ein richtig geiler Sport. Man sollte dabei nicht vergessen, dass die Unterwasserwelt nicht unser natürlicher Lebensraum ist. Deshalb geht immer respektvoll mit der Natur um und pullt keinen Vance. Für mehr Storys schreibt's gerne in die Kommentare. Ansonsten feiert gut und case closed. Das war's.